18 Ancient Debuys aus einem Chunk. 17. Oh mein. Was ist das? Was? 20 Ancient Debuys aus einer Ader. Was ist mit diesem Server los? Ich hab da... Alter. Hallo Leute, meine herzlichen Frau. Wir haben zu einer neuen Folge Craft Attack. Und einige wissen, heute ist der 21. Und mit Fischi hat heute Abend die Beto, das bedeutet, er wird heute Abend um Minecraft spielen. Und vor genau einem Jahr, also heute vor einem Jahr, hat er mal ein Stream gemacht. Und er hat geschrieben, dass es sein Geburtstagstum ist. Und ich kenne die auch in New Life und jetzt liegen ja. Und deswegen, da er ja eigentlich auch in Craft Attack kommt, habe ich mir überlegt, wir geben ihm noch ein kleines Geschenk. Wir haben ein bisschen Eisen, da wir eine funktionierende Eisenfarbe haben, wie wir in den letzten Video festgestellt haben. Das bedeutet wiederum, dass wir jetzt jetzt ein Geschenk bauen. Ich weiß nicht genau, aus welchen Items. Wahrscheinlich auch schon etwas hochwertigere. Ja, netter Marzen für blau. Und Wolle für rot. Ich hab da rote Wolle fliegt. Und da könnte man eigentlich ein schönes Geschenk bauen. Wenn ich nicht reiche, muss man halt davor noch ein paar mehr holen. Oh, meinst du viel Arbeit. Ich kann aber irgendwelche anpflanzen. Also ich würde sagen, ich würde ein bisschen Zeug anholen und dann treffen wir uns bei den Tisch. So, was wir hier irgendwie auch an seiner Bais. Wir könnten hier vielleicht nicht aufbauen. Das würde eigentlich auch ganz gut ausziehen. So, vielleicht mal drei hoch. Das wäre ein bisschen mickreich, ne? Ich möchte auch ein gutes Grundgeburtstag zu schenken machen, ne? So, und so. Was ist da los? Natürlich, der Ball lade mich direkt ein, was du möchtest. So, wir haben hier auch den Boden. Der Ernst auch dabei sagt, hallo. Oh nein. Ja, der ist ein bisschen überträgt. Ja, ich hab eben zu viel Zucker gegessen. Ich hab bei mir zu Center Schock hier. Ich hab, um genau zu sein, drei da. Welchen soll ich essen? Kirsche, Apfel oder? Das ist mir hier komplett egal. Das ist mir eigentlich komplett egal, ne? Na, Cola. Oh. Okay, ist Angst. So, was hat man zu geschickt, die Aufnahme? Ja. So. Die Leute, ihr kriegt vielleicht, ihr wisst, einer, der ein oder andere weiß, was ich hier baue. Scheiß. Ich hab mir, ich hab mir bei die Bettler ein kleint, hat ich mir runtergeladen, ne? Ich hab mir richtig geile anderes Tech Shop hier runtergeladen. Was die Cosmetics? Cosmetics? Ja. Meinst du, ähm, ruf. Ähm, das heißt, glaub ich, ähm, Cosmetics Mars? Nein, mein ich nicht. Oder meinst du die Flügel? Allgemein, also du hast ja... Ja, du hast ja Cosmetics, ne? Hm. Ja. Und warum benutzt du die? Nicht. Zurzeit nicht. Doch, ich benutze Cape Physix. Hm, hm. Ja, ich auch nicht, ne? Hm? Mehr benutze nicht. Zurzeit noch Bettler ein kleint, das war's. Und noch ein... Hm. Hm. Ein Textepeck. Da sehen die Herzen aus wie hier Hardcore. Ah ja. Herzen. und das gibt es noch meine tierpike ist ich rufe dich mal über den examen leute haben es fertig gebaut also ihr habt ihr folgen ich habe noch guter youtuber im ernst ich mache es keine werbung für irgendwelche das ist auf jeden fall gut so das nach hier hat man so er sie wollen ja immer schon wieder sagen das Video war es wieder mal sehr scheiße das Video war mal wieder sehr sehr kurz und da würde ich einfach wieder sagen Jo Leute, das war's ja beim Video, ich hoffe es hat euch gefallen, lasst gerne die positive Beben, abonniert den Kanal und ja, wir sehen uns beim nächsten Video und darum sagt, da gab es noch so kurz geht Also, dann sage ich tschau und wir sehen uns beim nächsten Video